Du kannst hier rechts durch. Gerade runter. Jetzt kannst du hier links durch. Ich bin eben vorne links. Ja, genau. Was ist jetzt da? Das ist M2. M2. So, da wäre dann ein Start und Ziel. Einmal dann geht's dann mit. Kommande gilt. Fertig, los! Also rechts eine Runde. Ui! Der geht anders. Jetzt schaltet er eben nicht. Hast du keinen Zug? Vorsicht, ja? Wir müssen hier nicht umsteigen. Da bin ich zu viel. Jetzt geht's wieder durch Start und Ziel. Dann liegt rechts und dann scharf links. Vorsicht, Rutschung. Gut, gerade rauf. Nach dem 4, scharf links. Achtung, rupen. Gut. Du bist doch da quer gekommen. Beim 5, scharf rechts. 180 Grad. Start, Ziel. Einmal links rum. Ein Kreisel fahren. Vorne dran, Scheitel aufpassen. Du hast einen Kegel rechts. Achtung, Rutschung. Nicht zu früh. Gut. Links rum. Jetzt gerade rauf. Tor Nummer 2, scharf links. 90 Grad. Gut, gerade runter. Licht rechts. Anbremse mit dem 4, scharf links. Vorsicht, Rutschung. Scharf links. Geradeaus. Blau Start, Ziel. Einmal links rum. Kreisel. Vorsicht, scharf links. Rot-weisse Pylone. Start, Zielgerad. Scharf rechts. Scharf links. Scharf rechts. Scharf links. Scharf links. Gerade hoch. Vorsicht, Start und Zielbremse. Schulterhöhe. Scharf links. Scharf rechts. Scharf links. Scharf links. Scharf links.